Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Shopping Stars, das Outlet bei Channel 21. Ich nehme Sie bei mir in der Sendung mit in eine rasante Fahrt durch ein Mode-Karussell der ganz besonders schönen und ganz besonders kleinen preislichen Art. Denn bei mir gibt es bis zu 80% Reduzierungen, aber nur solange der Vorrat reicht. Insofern, jetzt kommen Sie mal mit, wir schauen uns mal an, was heute dabei ist. Ich möchte mich sowieso erstmal bei Ihnen bedanken, denn weil vorher Luisas Fashion Outlet bei uns online so gut gelaufen ist, deswegen darf ich jetzt hier für Sie stehen und diese noch, ich sag's jetzt einfach mal, geileren Preise für Sie hier servieren. Denn bei Luisas Fashion Outlet online hatte ich diese wunderschöne Hose auch schon mal, aber eben noch nicht in diesen tollen Farben. Ja, das ist nämlich unsere Zauberhose Cora mit dem Leo-Druck. Und ich liebe diese Hose, weil ich bin halt auch ein Riesenfan von Leo-Druck. Und ich kann Ihnen sagen, schauen Sie sich mal den Look an. Das, liebe Damen zu Hause, das ist High Fashion. Das ist einfach für mich Mode durch und durch. Natürlich auch hier wieder mit super tollen Schuhen. Also muss ich ja sagen, unsere Models haben Schuhe der Hit. Also eine Kombination oben hier in diesem wunderschönen Petrol, den Rollkragenpulli gibt's auch bei uns. Das gibt's übrigens im Doppelpack, also auch mal schauen bei Shoppingstars. Der kostet im Doppelpack 16 Euro, die Hose jetzt 20. Shoppen Sie online, haben Sie für 36 Euro drei Teile geshoppt. Zwei Rollkragenpullover und eine Hose. Wo gibt's denn sowas, ja? Sowas gibt's hier bei mir bei Shoppingstars, weil bei uns, wir kreieren kleine Sternchen. Wir servieren unsere Shoppingstars auf dem Silbertablett, ja? Haben wir runtergeholt vom Himmel und ganz klein gerechnet. Nämlich hier eine Hose, mit der wir mal gestartet sind mit 74,99 Euro. Die auch 74,99 Euro wert ist, denn wir haben hier nicht nur Seitenschlitze unten an den Hosen, ja? Wir haben eine super tolle Passform, einen hohen Sitz hier wieder. Ich finde nach wie vor immer noch der beste Schnitt, ein hoher High-Waist-Schnitt mit einem bequemen Schlupfbund. Das heißt, Schlupfbund wissen Sie ja selber, wir haben keine Verschlüsse, sondern wie bei einer Leggings. Einfach überziehen, zack, und schon sitzt alles. Also wirklich ein Look, ich bin begeistert. Und dass ich das jetzt hier für 20 Euro Ihnen anbieten darf, das ist einfach nur dem Falle geschuldet, dass diese Hose nicht mehr in allen Größen da ist. Und wir sie nicht mehr online, äh online, sag ich schon, on-air zeigen dürfen. Online dürfen wir das auf jeden Fall noch zeigen. Deswegen, da sind wir ja auch hier am Start heute für Sie. Also, ich bin ein Riesenfan von dem Leo-Look. Überlegen Sie auch mal, ne, wenn wir diese petrolfarbene Hose hier haben, wie gesagt, noch in zwei anderen Farben auch da, aber in diesem Weinrot und Marina haben wir noch. Oh, Weinrot ist auch schön, ne. Aber jetzt gerade hier bei dem Leo mit diesem Petrol, ne, überlegen Sie mal, da einen schicken roten Ballerina dazu, ne, weiße Schluppenbluse. Vielleicht haben Sie eine zu Hause bei uns von Sarah Kern oder so. Das ist doch ein Look. Ines de la Fressange, die Muse von Karl Lagerfeld, wird Ihnen die Füße küssen für diesen Style und ich mache es auch. Aber Sie müssen jetzt schon anrufen, ne. Haben Sie früher in der Schule auch Kartoffeldruck gemacht? Ich kenne das noch, ich mache das mit meinen Kindern nämlich jetzt inzwischen wieder. Und da musste ich eben dran denken, als ich unser tolles Shirt von Amber Gold gesehen habe. Denn auf unserem Shirt hier sieht man auch, wie durch verschiedene Druckarten hier ein ganz toller Collagenprint entstanden ist. Das sieht so ein bisschen used aus, ein bisschen wie so abgewetzt. Dann haben wir hier eine coole Schrift mit drin. Und dann hier wieder diese Blätteroptik, ne. Da sieht man schon ein bisschen, das ist Bewegung, das ist laut, dynamisch, ein dynamisches Shirt. Und ich finde tatsächlich, das ist so ein bisschen Apple, Lime, Green, ne. Also so ein bisschen Limone, finde ich. Eine tolle frische Farbe jetzt für den Sommer, die sich hier drin wiederfindet. Limoneneis mag ich ja sowieso gerne. Und Limonade, ne. Handgemachte, hausgemachte Limonade. Das ist ja sowieso gerade der letzte Schrei. Also egal, wo man hingeht, in welches Restaurant, alle haben diese hausgemachte Limonade so ein bisschen säuerlich, ne. Süß sind wir alle genug. Können wir uns so ein bisschen Säuerlichkeit auch mal ruhig erlauben. Und vor allem hier auf unserem Shirt. Wir haben das Shirt aber nicht nur in diesem Lemon, das heißt bei uns gelb übrigens. Wir haben das auch noch in blau und in rot. Gut, also, überlegen Sie sich, was passt besser zu Ihrer Garderobe? Finden Sie auch so einen Spritzer Limone, ganz fresh jetzt für den Sommer? Denn 12 Euro darf ich Ihnen hier heute als Preis machen für dieses tolle Shirt von Embergold. Ich sag Ihnen, und das ist ein Motivprodukt, da ist was los, ja. Hier, da fliegen die Blätter, rauschen durcheinander. Hier ist noch so ein Stück, so ein kleiner Rest von einem Liebesbrief übergeblieben. Auch in einer ganz, ganz besonderen Schrifttype wieder. Und dann, man kann ja ganz viel entdecken, ne. Man muss immer gucken, was passiert da. Und aber auch wieder schön dann abgesetzt, finde ich, mit der schwarzen Paspel am Hals. Und natürlich auch mit dem tollen Kurzarm, ne. Das ist ein unkompliziertes Shirt. Das kann man einfach, das kann man mit einer schwarzen Röhre machen, mit einer weißen Röhre. Vielleicht haben Sie auch sogar den passenden Gelbton. Das ist natürlich dann richtig toll. Also da können Sie wirklich bei sich zu Hause wieder den großen Baukasten der Mode anschmeißen und gucken, wie passt das. Auch zu einem schwarzen Rock. Wir haben von Imagini auch gehabt bei Shoppingstars so einen Schlauchrock, ne, der so bis zur Wade geht. Auch unter 20 Euro. Schauen Sie doch mal im Internet. Imagini Schlauchrock und hier das Embergoldtop dazu. Da stecken Sie rein, den Rock ziehen Sie hoch bis in die Hüfte, äh, bis in die Taille. Und dann zusammen bezahlen Sie 30 Euro für ein Komplettlook. Das geht nicht, doch das geht. Weil wir sind bei Shoppingstars, ja. Da werden Sie meine Shoppingqueen, meine Königin der Mode. Aber, ja, Sie müssen natürlich schnell sein, ne. Es kann morgen schon wieder alles ausverkauft sein. Tücher können wir wirklich alle nicht genug haben. Ich habe einen ganzen Schrank, beziehungsweise eine ganze Schrankhälfte mit Tüchern. Und Sie werden verstehen, wenn ich Ihnen das zeige, warum Sie hier unbedingt nochmal zuschlagen sollten. Denn, beziehungsweise zuschlagen kriege ich immer Ärger von meiner Cheffe, die sagt, zuschlagen sagt man nicht. Wir sagen zugreifen, hat sie auch völlig recht. Ich entschuldige mich hier für öffentlich. Nein, Sie greifen hier natürlich zu. Und zwar bei einem Designertuch von Sarah Kern haben wir hier. Und, ja, mit einem ganz tollen Fantasiedruck. Und ich liebe dieses Tuch. Ich muss mir das gleich mal selber ummachen. Wir haben auch noch Grau und Sand. Da aber wieder nicht mehr so viel, ne. Deswegen, ich finde dieses Blau ja eh schöner. Weil mich erinnert das ja immer, Sie kennen mich ja, ich bin ja so ein Freund von Alexander McQueen. Und das ist einfach so ein bisschen dieser Atlantis-Style, ne. So ein bisschen diese Atlantis-Unterwasserwelt, die wir da drauf machen, ne. Und Platons Atlantis war seine letzte Kollektion, leider bevor er gestorben ist, ja. Da hat er so riesen Hufschuhe gemacht und Schlangenkleider aus so Reptil-Optik, ganz hautnah. Und da hat er wirklich diese Platons Atlantis komplett nachgebaut in Mode. Das war fantastisch, ja. Aber es war halt einfach ein Ausnahmedesigner, genauso wie unsere Sarah Kern. Und der ist am Ende einfach, ja, mit seinem Ganzen, mit dem Rubel und Trubel. Weil man muss ja auch sagen, Mode ist ja auch einfach eine harte Branche. Ja, es ist ein hartes Geschäft. Es ist sehr schnelllebig. Das kennen Sie von uns auch. Jede Woche fast kommen neue Kollektionen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass Sie den Überblick behalten. Und auch wissen, was brauche ich und was fehlt noch in meiner Garderobe. Und ich hoffe immer, dass ich Ihnen hier bei Shoppingstars einfach natürlich auch mit der Prämisse dieses kleinen, wirklich Mini-Preises, die Entscheidung manchmal abnehmen kann, zu sagen, ich leiste mir mal etwas Neues. Und ich habe die Möglichkeit, einfach mir mal wieder etwas zu gönnen. Und vielleicht etwas, ja, etwas Neues mal wieder in meinem Kleiderschrank zu haben. Und Sie haben einfach mit diesem Schalttuch wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Sie können das einfach nur auf einer Seite tragen, ja. Man kann das auch ganz, ganz schön zum Beispiel quasi wie so ein Top tragen. Einfach so rumwickeln und dann machen Sie ein Gürtel hier drum. Dann haben Sie quasi wie eine Bluse. Oder man kann das natürlich auch ganz, ganz toll zusammen einfach drehen, ne. Und dann machen Sie sich da draus zum Beispiel ein Haarband im Sommer. Auch das geht total schön, ne. Das würde ich so auf, auf, in Ibiza tragen. Da wird es einfach, können Sie auch ein Knoten in die Haare. Einfach auf eine Seite, ne. Oder ganz um den Kopf. Also da haben Sie ganz viele Tragemöglichkeiten. Meine Regie wieder. Die sagt immer, ich fuhre mir hier die ganze Zeit in meinem Mikrofon rum und Sie verstehen mich nicht mehr. Sie brauchen mich auch gar nicht verstehen. Sie wissen ja, was ich meine, ne. Ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, was Sie für Möglichkeiten haben. Aber nicht mehr viele. 24 Stück. Kein Wunder, das Tour ist ja auch einfach ein Highlight direkt für Sie. Jetzt anrufen. Eine Strickjacke der ganz, ganz besonderen Art. Das suchen Sie noch für diesen Sommer. Dann habe ich einen ganz, ganz wunderbaren Vorschlag. Denn ich darf Ihnen von Natascha Ochsenknecht hier eine Strickzipfeljacke ohne Verschluss zeigen. Und deswegen ohne Verschluss, weil wir haben hier so eine locker weichfallende Kante. Das Tolle, wir haben hier 100% Viskose. Und Sie wissen ja schon, Viskose ist eines unserer Materialien. Das ist die beste Qualität, die wir Ihnen hier zeigen dürfen. Und ich finde es so toll. Es ist so eine tolle, umspielende Jacke. Hinten ein bisschen kürzer geschnitten, vorne wieder so ein bisschen runterfließend eben mit diesen wunderbaren Zipfeln, was natürlich auch die Figur wunderschön formt. Und die Qualität, ich kann Ihnen sagen, wenn Sie jetzt hier rüber fassen könnten, ich habe ja zum Glück eine eigene, muss ich nicht wieder an dir arbeiten. Wenn Sie rüber streichen könnten, Viskose ist einfach und vor allem 100% Viskose ist das Feinste, was es gibt. Es ist fast wirklich wie Kaschmir auf der Haut. Es ist unglaublich weich, butter, butterzart und dann aber gesäumt und gerahmt an der Kante hier, an der Paspel, eben wieder mit den Fotografien von Natascha Ochsenknecht, wieder so ein bisschen da ihre Handschrift nochmal mit drin. 18 Euro statt 60 Euro. Ich weiß, Sie sind begeistert. Ich bin es auch. Es ist einfach, unser Outlet ist unglaublich, was die Preisreduzierung angeht. Ich habe die kleinsten Preise, aber die größten und schönsten Looks für Sie. Das sind Teile, die ich mir wirklich handerlesen rausgesucht habe aus unserem ganzen, aus wirklich unserer ganzen Auswahl, die wir für Sie bereit halten, um die speziellsten und schönsten Looks Ihnen jetzt für den Sommer präsentieren zu können, aber zu einem Preis, der uns einfach schier umhaut. Es ist 100% Viskose, die auf der Haut liegt wie Butter. Ja, ein Produkt beziehungsweise ein Material, was aus einer Naturfaser gewonnen wird und durch eine Lauge am Ende zu dieser ganz, ganz speziellen Qualität verarbeitet wird. Und das hat am Ende, wenn man sich das mal anschaut, diese Qualität, wenn sie gemacht wird, das ist dieses C-Flüssige, das bedeutet Viskose, da kommt auch der Name her. Das ist einfach für unsere Haut das hautverträglichste, hautfreundlichste Material, was wir auf unserer Haut haben können, was wir auf unserer Haut haben wollen. Wir schwitzen nicht drin. Und ein ganz, ganz wunderschöner Stoff, Stoff sage ich schon, Stoff, mit einem ganz wunderschönen Design, nämlich hier von Natascha Ochsenknecht. Sie können das ganz wunderbar stylen, auch einfach mal über die Schulter werfen. Das mache ich nicht wegen dem Mikro. Was Sie machen, jetzt anrufen, damit Sie diese Zipfejacke sich darin einschmiegen können. Wirklich ein Sirenenrot, ja, das finden wir hier wieder in unserer Lamm-Napper-Optik-Hose von Monaco Blue. Und es ist ein Klassiker und ich liebe diese Hose, weil sie immer so ein bisschen wie so eine wirklich tolle rote Lederhose aussieht. Und sowas, finde ich, findet man in der Stadt, im Internet sonst eben nicht. Und vor allem nicht zu diesem Preis, meine lieben Damen, 18 Euro statt 70. Ja, ich könnte ausrasten. Ein wahnsinniger Preis für diese Lamm-Napper-Optik-Hose. Und das ist ja das Tolle, Lamm-Napper-Optik-Hose, Entschuldigung, das ist ja das Tolle hier eben, dass wir eine Lederhose haben, beziehungsweise eine Hose, die so eine Optik hat und dadurch natürlich aber waschbar ist, liebe Damen. Das Tolle ist ja, eine echte Lederhose, natürlich können wir die nicht waschen, ja. Nach dreimal tragen stinkt, die müssen wir raushängen, alles doof. Oder Reinigung kostet über 100 Euro, das ist alles bescheuert. Wir haben hier wirklich eine so tolle Lamm-Napper-Optik-Hose von Heike Schubert und ihrem Label Monaco Blue. Und ich liebe diese Hose. Und das Tolle ist, das wissen Sie aber sowieso schon. Und deswegen klingeln hier die Leitungen wie blöd. Wir haben, das ist ja ein Klassiker, wir haben diese Hose immer im Programm. Und aber jetzt, weil wir eben von der, von dieser nur noch so desortierte Größen haben, deswegen darf ich Ihnen die, und da bin ich ganz stolz, für 18 Euro anbieten, statt für 70 Euro. Wir haben die auch noch in Haselnuss und Gelb. Aber auch da wieder nur vereinzelte Größen. Schauen Sie ruhig ins Internet. Informieren Sie sich, welche Größe ist noch da? Vielleicht haben Sie Glück und Ihre Größe ist auch dabei. Dann bitte, seien Sie schlau. Sichern Sie sich dieses hotte Klassiker-Teil heute für 18 Euro. Denn bei mir bei Shoppingstars, ich garantiere Ihnen den Preis, aber nur solange er da ist. Ja, wenn man natürlich dann zu lange wartet manchmal, dann ist die schon vergriffen und könnte die schon weg sein. Also diese Lamm-Napper-Optik hier in Feuerwehrrot, ja, die brauchen Sie doch. Das ist eine so coole Hose. Wir haben diese angedeuteten Taschen noch vorne, wieder mit dem M von Monaco Blue nochmal von dem Label dran. Ich liebe das M, meine Kinder heißen ja Max Miller, bei mir fängt alles mit M an. M finde ich super und insofern finde ich auch Monaco Blue super. Und unsere krasse kirschrote Leder-Optik-Hose. Und das ist natürlich echt ein Teil, muss ich sagen, wie aus Hollywood-Filmen. Ich habe letztens schon wieder gesagt, ich wollte unbedingt wieder neuneinhalb Wochen gucken. Fällt mir wieder bei der Hose jetzt ein, ich muss unbedingt mir wieder Mickey Rourke angucken, wie der früher aussah. Da komme ich jetzt drauf, bei unserer Lamm-Napper-Optik-Hose. Also, Mickey Rourke und diese Hose kommen in Gedanken zu Ihnen nach Hause. Aber jetzt anrufen 0800 21 33321 und ich kann Ihnen sagen, es wird laut mit dieser Hose. Lurex ist einfach etwas ganz Besonderes. Ich liebe Mode, die mit Lurex-Fäden versehen ist. Und genauso haben wir es hier bei unserem Pullover von Lacko Gruden. Wir sehen, und Sie sehen das schon von Weitem, es ist eine fast 100%ige Viskose-Qualität, die durchwoben ist von feinsten Lurex-Fäden in der gleichen Farbe. Wir haben diesen Pullover mit einem ganz, ganz schönen Lochmuster versehen zwischendurch. Nicht nur in diesem wunderschönen Fuchsia, sondern auch in einem Smaragdgrün. Davon leider aber nicht mehr ganz so viele. Deswegen bitte entscheiden Sie sich jetzt und schnell, welche Farbe Ihr favoriert wäre, wenn Sie sagen, das ist genau mein Pullover. Denn, Sie sehen es schon, das ist ein Pullover, der fällt lässig, der ist edel, der ist bequem, aber der betont auch wieder sehr, sehr schön unsere Rundung. Also, wir können auch da wieder schön mit Unterwäsche drunter spielen und aber auch mit einer tollen Hose, denn wir haben einen sehr, sehr hohen Schlitz an der Seite, dass wir eben unsere tollen Hose, wie hier von Bodymeets, mit diesem Lurex-Galant-Streifen, die Sie übrigens auch bei uns bei Shoppingstars finden, wenn Sie bei uns bei Channel21.de gucken. Die Lochmuster, oder wenn Sie sagen, Mensch, was ist denn dieses Lochmuster, wo ist das denn? Ja, das ist nämlich hier, das sind diese kleinen Streifen, ja. Und wenn Sie, wie ich hier neben Anja stehen würden, dann kann man so ganz leichter durchschauen, denn das ist ganz verführerisch gemacht, da kann man so einen kleinen Blick erhaschen, was da unten drunter ist. Und ich sage Ihnen, dieses verführerische Teil bekommen Sie bei uns jetzt für 16 Euro, aber nur solange der Vorrat reicht. Das heißt, jetzt schnell sein, ja, wer als erster hier bestellt, der sieht als erster schön aus, das ist meine Devise, deswegen Hoppigaloppi, diesen Lochmuster-Pullover jetzt bitte in Ihren Warenkopf. Überlegen Sie, Fuchsia oder Smaragd Grün, was ist Ihre Wahl? Smaragd oder beides vielleicht, natürlich Zweifel wären 32 Euro. Nutzen Sie, dass Sie einmalig die Versandkosten bezahlen. Packen Sie Ihren Warenkopf voll. Bei mir bei Shoppingstars kann es nicht teuer werden. Wir sind fast immer unter 20 Euro bei jedem Teil und Sie bekommen aber eine Qualität und Looks von mir, von der Shoppingqueen des Jahres, da, wo wirklich Mode drin ist. Ja, wir haben hier Stil in jedem Outfit und ich kann Ihnen garantieren, so macht Mode Spaß, wenn sie toll aussieht, nicht teuer ist. Denn, das finde ich, das ist wirklich meine Prämisse und mein Versprechen an Sie zu Hause. Mode und gutes Aussehen hat nichts mit Geld zu tun und muss nicht teuer sein. Geschmack und Stil und Style hat einfach was mit Lernen zu tun, mit Zuhören und auch einfach mal mit Angucken, was die anderen machen und einfach nämlich mit diesem Pullover. Bestellen Sie diesen Pullover und seien Sie meine Stil-Ikone jetzt hier bei Channel 21. Ein Poncho aber eben nicht in einer dicken Strickqualität, sondern in einem Hauch dünnen, transparenten Chiffon. Den habe ich hier für Sie von Sarah Kern. Und eben nicht nur, dass wir hier ein cooles Camouflage drauf haben, einmal in Rot und wir haben es auch noch in Grün, sondern wir haben einfach noch wirklich, ich finde, so ein bisschen römische Galionsmanschetten hier an unseren Poncho mit angenäht und das gibt ihm einfach einen ganz besonders starken Abschluss hier. So, wir haben diesen Poncho für 15 Euro. Wir kommen hier von 70 Euro. Ja, wir haben hier wieder eine 70-prozentige Ersparnis und das auf einen Teil von Sarah Kern. Und Sarah Kern ist ja wirklich für mich die Mode-Ikone schlechthin hier bei Channel 21. So ein Poncho, ja, den trägt Sarah Kern auf Malta hoch und runter. Nicht nur, weil sie es kann, es sieht einfach toll aus und es ist ein super cooler Look für den Sommer. Er ist edel, natürlich vor allem durch diese goldenen Manschetten noch am Arm und das ist auch ein schöner Abschluss, weil ich finde, dadurch hat der Poncho nicht dieses übermäßig große One-Piece-Teil, ja, was ja sonst immer der Poncho hat, sondern es setzt dadurch einen tollen Akzent, es macht einen ganz, ganz schlanken Arm und wir haben dieses unglaublich coole Muster, dieses ganz, ganz feine Camouflage hier drin. Sie sehen ja auch innen drin immer noch kleine Lurex-Fäden da drin verwoben, ja. Das ist wirklich eine ganz wahnsinnig tolle Qualität. Ein cooler Poncho, der super passt, entweder am Strand einfach über ein Bikini getragen oder aber mit einer tollen Röhre, wie wir das jetzt hier getragen sehen, finde ich auch ein unglaublich schöner Look. Für 15 Euro? Für 15 Euro. Wahnsinn. Also ich finde, es ist ein unglaublicher Preis. Es ist natürlich mein Outlet-Preis, insofern bitte seien Sie schnell. Für 15 Euro, wir haben Ihnen zwei Farben, ja, die eine andere Farbe Grün ist schon quasi fast ausverkauft, aber diese Farbe Rot, da haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, die zu bestellen. Hinten länger geschnitten, vorne kürzer geschnitten. Was bekommen Sie für 15 Euro? Sie bekommen ein Chiffon-Poncho mit Lurex-Fäden, mit Camouflage-Print, mit goldenen Armstulpen, ja, mit einem tollen Design von Sarah Kern, von unserer, wirklich unserer Modegöttin hier bei Channel 21. Wenn einer weiß, was Mode und Trend ist, dann ist das Sarah Kern und das ist für mich wirklich ein Teil super einfach im Handling, aber es wird nicht mehr lange da sein, denn es kommt jetzt direkt zu Ihnen nach Hause, wenn Sie anrufen 0800 21 333 21, ja, und genauso eine Mode-Ikone werden wie unsere Sarah Kern. Rot oder grün? Das ist jetzt die Frage. Für diesen Sommer, ach, kann ich Ihnen sagen, man braucht ja immer mal etwas Neues und auch eine neue Art von Hose. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe hier von Monaco Blue, diesmal sogar selber angezogen, weil ich sie so schön finde und sie nämlich auch zu Hause habe, eine Hose mit seitlichen Eingriffstaschen und ganz schön Schmuckaccessoires, nämlich hier vorne an dieser wundersüßen Kordel hängend. Da sehen wir es hier nochmal, da können Sie die Hose nochmal ein bisschen enger oder weiter stellen. Das ist hier ein Muster, wirklich wie aus Tausend und Einer Nacht. Ich finde, kennt man so ein bisschen dieses Muster von ganz, 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 ganz schön edlen Einstecktüchern, gerade bei den Herren, ne, wenn Sie sich daran erinnern, auch so Etro, diese ganzen italienischen Firmen, die machen immer gerne Einstecktücher mit diesem tollen Paisley. Und ich komme jetzt einfach mal dazu, sind wir beide hier in diesem strahlenden, tollen, ja, Teil unterwegs. Und das ist wirklich eine Hose, die sitzt nicht nur toll, ich mag das ja immer gerne, ne, werde ich ja immer nicht müde zu betonen, wenn die Hosen so schön hoch sitzen, ja, weil da quillt nichts drüber, da haben wir keine Muffin-Waste, sondern da ist alles schön verpackt und dann diese Eingriffstaschen. Das ist natürlich cool, ne, man hat immer so einen locker, legeren Style, da sitzt alles, ne. Man kann immer, wenn man irgendwo an der Kasse wartet oder so, einfach mal die Arme baumeln lassen und hängen lassen. Und es ist natürlich ein wahnsinnig schönes Muster. Ja, und Sie haben richtig gesehen. Für 15 Euro, liebe Damen, heute gibt es hier eine Hose von Monaco Blue, von unserer Heike Schubert. Und wenn hier einer Trendsetter ist, wenn einer weiß, was man in Frankreich und Italien an der Côte d'Azur oder in Mailand trinkt, dann ist es unsere Heike. Denn Heike, die hat den besonderen Riecher für Trends und gerade dieser Jogpanch-Style, ja, den wir hier haben, dieses, ja, eigentlich ein Ding, in dem wir super joggen können, ja, was mega bequem ist, ne, das ist überhaupt kein Problem, ja. Da joggen wir tatsächlich direkt bis zu Ihnen nach Hause mit dieser, mit dieser, oh, hier siehst du meine Regie, die will, dass ich einfach richtig hoch trete. Auch das geht mit dieser Hose, das ist überhaupt kein Problem. Ja, Sie sind hier wirklich ganz, ganz sportlich mit unterwegs, aber, ja, aber auch schick, ne. Und das ist ja unsere Prämisse, denn wir sind ja hier nicht nur im Sportscenter, sondern wir sind natürlich hier im modischen Bereich unterwegs. Und das ist wirklich, wir haben einen ganz kleinen Bestand noch in Blau, aber da ist wieder so, also sind wir wirklich, arg, grün haben wir auch noch ein paar, aber es ist wieder so wenig, also wir können fast gar nicht drauf eingehen, weil es sind nur noch eine Handvoll, ne. Schauen Sie da bitte auch, bitte online bei uns und machen Sie sich einen Überblick immer auch, welche Größen, jetzt bin ich schon ganz außer, außer Atem, ne, ein Kung-Fu-Panda-Schritt, ich bin fertig mit der Welt hier heute Morgen. Nein, Sie sind das gar nicht, denn Ihre Welt kann noch viel schöner gemacht werden. Mit dieser Hose von Monaco Blue. Jetzt anrufen 0800 21 33 3 2 1. Hier bei uns gehen die Preise hoch und runter, ein Hin und Her, aber heute sage ich, da sind wir ganz weit unten, nämlich mit unserem tollen Zick-Zack-Blazer, mit diesem Jacquard-Muster von Monaco Blue. Ich habe ihn mir direkt übergezogen, denn ich will Ihnen zeigen, dass wir ihn nicht nur in diesem schönen Schwarz-Lila haben, sondern nämlich auch in einem ganz tollen Schwarz-Grau. Ein Blazer für 25 Euro, ja, gibt es bei mir hier, bei meinen Shopping-Stars, weil wir nämlich sie zum Spar-Sternchen machen hier mit unseren Mega-Preisen. Und hier habe ich nochmal meine Anke, die kommt dazu, damit wir beide, nämlich mal beide Farbausprägungen zeigen können. Einmal hier, wie gesagt, unser Schwarz-Lila, mein Farbfavorit und Anke hat sich für das Schwarz-Grau entschieden. 25 Euro, was soll ich sagen, ein Jacquard-Muster. Wenn Sie wüssten, wie aufwendig es ist, ein Jacquard-Muster zu stricken bzw. herzustellen. Es gibt dafür eigene Jacquard-Webstühle. Alleine das ist schon wirklich eine Handwerkskunst an der Mode, unbeschreiblich. Ich möchte diesen Menschen, die alles das hergestellt haben, nämlich, weil wir sind ja bei Monaco Blue, in Frankreich und Italien, das ist wirklich ein Lob nochmal an euch. Jacquard-Muster zu weben, ist eine große Kunst und wir sind in der tollen Möglichkeit, statt 112 Euro Ihnen diesen Blazer für 25 Euro heute nach Hause zu schicken. Ich sage Ihnen, Sie haben hier knappe 90 Euro gespart. Ja, wo gibt es denn sowas? 90 Euro sparen, das sind quasi, es ist einfach quasi ein Geschenk von uns für Sie, ja. Und Sie sehen damit grandios aus. Egal, ob über einer weißen Bluse, über einem Top zu einem Rock, zu einer Röhre. Sie können, das ist auch ein toller Business-Look, finde ich, ja, wenn Sie ihn zur Arbeit tragen. Oder aber einfach locker drüber, über einem T-Shirt, auch da ist es einfach ein schönes, modisches Teil. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie das haben möchten, auch diesen Zickzack Jacquard-Muster-Blazer, dann müssen Sie jetzt wirklich schnell sein. Denn der wird hier durch die Decke gehen, das verspreche ich Ihnen. Ich liebe ihn jetzt schon. Es ist wirklich ein cooles Teil. Aber bei meinem Outlet ist es so, wer zuerst kommt, ne, der sieht auch als erstes schön aus. Und deswegen sofort reinklicken bei uns, schauen Sie bei Channel 21, welche Farben noch da sind, welche Größen noch da sind. Wir haben die kleinsten Preise, aber auch die kleinsten Mengen, das sage ich Ihnen gleich dazu. Deswegen direkt Ihre Größe, ab in den Warenkorb, dann bald ist es zu Hause bei Ihnen. Und Sie schmücken sich nicht nur mit der schönsten Mode, sondern Sie können sagen, ich habe 90 Euro gespart. Ich bitte Sie, 90 Euro sparen, heute bei mir, morgen nicht, jetzt. Jetzt, sofort. Ein ganz unkompliziertes Shirt, mit dem Sie aber abends wirklich die Puppen tanzen lassen können, das habe ich hier für Sie. Unser von Mirja Dumont und Urban Diva. Eine ganz, ganz wunderschöne Bluse. Und Sie sehen das schon hier. Ganz, ganz federleicht. Fledermausärmel haben wir hier. Ganz wunderschön kaschierend. Und wenn wir da drauf gehen, ganz nah nochmal dran, da haben wir so kleine Lurex-Fäden drin, die eben diesen Goldschimmer ermöglichen. Und das alles, Sie haben richtig gesehen. 14 Euro kostet diese wunderschöne Bluse. Und ich kann Ihnen verraten, wir haben diese Bluse mit einem darunter noch eingenähten Top in drei Farben. Aber die anderen beiden Farben sind leider schon fast restlos ausverkauft. Deswegen bitte seien Sie schnell. Wir haben sie noch in schwarz auch und in so einem, ja, hellen Mauve-Ton. Deswegen schauen Sie bitte im Internet sonst auch. Da können Sie dann auch immer sehen, welche Größen noch verfügbar sind. Weil natürlich bei unseren Größen ist es so, dadurch bei diesen Knallerpreisreduzierung, manchmal sind nur noch große Größen, manche kleineren da, gucken Sie im Internet, einfach Shoppingstars eingeben. Und dann, ja, wirklich diesen Hauch von, ja, es ist ja wirklich so ein, fast wie so ein Tanzoberteil. Gucken Sie auch manchmal Let's Dance. Ich gucke ja mal gerne Let's Dance. Und es ist einfach, man hat diese Freiheit oben, dieses Mitbeende. Wenn man sich anschaut, wenn die Damen und Herren dort Walzer tanzen, dann ist bei den Kleidern, hat man auch mal diesen Fledermausärmel, der einfach jede Bewegung mit betont. Und das ist natürlich bei dieser Bluse mit dem eingenähten Top genau so dem nachempfunden. Und es ist einfach schön, weil wir haben diese leichte Transparenz für den Sommer, aber eben natürlich ein modisches Highlight durch diese Fledermausärmel, die gerade auch so ein bisschen die Oma-Arme kaschieren. Weil es ist bei mir natürlich auch, ich schaffe es auch, weil ich natürlich ständig hier bin, nicht so oft ins Fitnessstudio. Nein, war ein Witz, ich gehe einfach nicht gerne hin. Also insofern, ne, und dann, wenn man da nicht so die ganz gestehlerten Oberarme hat, ist das überhaupt nicht schlimm, denn wir haben ja die passende Mode dafür und können uns dann perfekt natürlich so schmücken und einkleiden, dass das wunderbar aussieht. Und für 14 Euro. Das ist meine Prämisse an Sie. Es ist der günstigste Preis, den wir jemals hier gehabt haben bei Channel 21. Günstiger wird es nicht und ich verspreche Ihnen, bitte, wenn Sie dieses Oberteil genauso schön finden wie ich, weil ich wirklich als Shopping-Queen hier stehe und Ihnen mein Wort gebe. Alle Looks sind von mir durchgestylt, weil ich möchte, dass Sie meine Shopping-Queen werden. Wir haben dieses Oberteil noch in schwarz und in grau, aber leider so restlos klein, nur noch in der Disortierung. Bitte schauen Sie nach, greifen Sie zu. Werden Sie auch mein kleines Shopping-Sternchen eben mit diesem tollen Teil für 14 Euro. Überlegen Sie nicht lange. Seien Sie schnell, seien Sie auch ein Shopping-Star mit mir. Sagen Sie es durch die Blume oder vielleicht auch verschenken Sie doch mal eines unserer tollen Shopping-Star-Sternchen, die ich hier für Sie habe. Eines darunter ist nämlich diese wunderschöne Bluse von Monaco Blue mit diesem unglaublich schönen Blumenprint. Und ich finde, es ist ja so ein bisschen dieses englische Landhaus-Thema. Ich war ein Jahr damals zum Sprachurlaub in England und ganz ehrlich, ich habe bei einer Familie gelebt. Eine so wunderschöne Wohnung, alles mit diesem Blumenprint. Es war wirklich dieses Betty Barclay-Landhaus-Stil und das, finde ich, findet sich hier eben wieder. Britischer Landadel, eine ganz, ganz tolle Bluse und wir haben sie nicht nur in ihr grü-bunt, wie wir das jetzt hier sehen, nein, wir haben es auch noch in schwarz-rot, aber ganz, ganz wenige. So ist das hier bei uns beim Outlet natürlich. Wir haben die Sachen, wo wir nur noch ganz, ganz wenig Bestände haben, aber die ganz großen Styles. Und das ist wirklich eine Bluse mit diesem tollen Blütenmuster da drauf. Wir haben hier die Trompetenärmel, aber etwas höher angesetzt. Ein ganz raffiniertes Design, was wir hier haben, nämlich da drunter dann noch den langen Arm weiterlaufend. Auch das ist ein ganz besonderes Detail, was Sie so nicht in den Läden finden werden. Selten hat man einen Trompetenärmel, wo da drunter der langen Arm noch weiterläuft und so halt eben der ganze Arm bedeckt ist. Ich finde, es ist ein super, super schöner Look und ich könnte mich nicht entscheiden. Ob schwarz mit Blüte ist halt ein bisschen klassischer, kann man auch fast irgendwie mehr am Abend anziehen. Das ist für mich ein typisches Teil für den Tag, für den Strand, zum Essen gehen, ja. Es passt mit einer Jeans zusammen, es passt aber auch mit einer schönen dunkelgrünen Hose zusammen oder aber auch mit einer schönen roséfarbenen, haben wir ja auch bei Monaco Blue passend. Schauen Sie da auch bitte bei uns, bei Shoppingstars im Internet, weil da können Sie sich informieren, welche Größen gibt es noch, ja, welche Farbe möchte ich haben. Dass Sie das T-Shirt hier, die Bluse haben möchten und wollen und müssen, das ist schon mal, das steht ganz fest geschrieben. Wir haben diese tolle Crepe-Qualität, ja, das ist ja quasi so das Aushängeschild bei Monaco Blue und diese Crepe-Qualität, die knittert nicht, die können Sie super in den Koffer tun, da muss nichts gebügelt werden. Können Sie perfekt waschen, ja, ist ganz, ganz toll auf der Haut zu tragen. Ein unglaubliches Ippies. Ich bin total verliebt in wirklich meine Blumenwelt. Wissen Sie, auch Karl Lagerfeld war ja ein großer Freund der Blumen und hatte einen in Paris, einen ganz, ganz riesengroßen Rosengarten, den er voller Liebe und Leidenschaft gepflegt hat. Und diese Bluse ist wirklich für mich wie ein Spaziergang durch diesen Garten von Karl Lagerfeld in Paris hindurch, ja. Lassen Sie sich dahin verführen mit 18 Euro. Da habe ich Sie doch wirklich quasi, sind Sie nicht auch schon verliebt? Also ich kann Ihnen nur sagen, Sie machen damit nichts falsch. Ja, bitte, machen Sie diesen Spaziergang mit mir zusammen und bestellen Sie jetzt. Sie sind auch schon auf dem Weg in den Urlaub. Und da fehlt aber noch eine ganz kleine, schöne Kleinigkeit in Ihrem Koffer. Ja, die habe ich und die zeige ich Ihnen jetzt, nämlich unsere Jacke von Amira. Und die hat diese ganz tolle 3D-Jacquard-Optik. Kennen Sie die? Das ist so ein ganz, ganz leichtes, wie so ein Waffelpiquet. Und ich kann Ihnen sagen, ich musste ihn mir sofort schnappen, ja. Nicht nur, weil es 15 Euro nur kostet, sondern ich musste ihn mir gleich schnappen und überziehen. Diese Ware ist nämlich ganz luftig leicht. Und was wollen wir jetzt für einen Sommer? Natürlich, ganz viel Leichtigkeit. Wir wollen nicht schwitzen. Wir wollen super angezogen aussehen. Und das schaffen wir genau mit dieser Jacke. Ganz ehrlich, wenn ich mir hier Gäse angucke, ne, da, ich würde fast, dass hier ein Erdloch aufgeht und ich verschwinde, weil sie sieht so bezaubernd aus. Es ist einfach ein so cooler, modischer Look. Ganz komplett. Das sind alles Artikel bei uns aus unserer Shoppingstar-Sendung. Wenn Sie sagen, es ist vielleicht ein Artikel, den wir noch nicht gezeigt haben, schauen Sie einfach mal bitte bei channel21.de. Schauen Sie da rein, da finden Sie alle Artikel, die Sie hier bei uns in den Sendungen sehen. Für 15 Euro bekommen Sie hier diese Jacke. Die Hose kostet um die 20, die Bluse um die 15. Sie haben hier diesen Komplett-Look dann am Ende für unter 60 Euro. Bis zu 80 Prozent Ersparnis bekommen Sie hier bei mir bei meinen Shoppingstars. Und Sie sehen aus, schauen Sie sich Gäse an, wie ein Topmodel aus dem Modemagazin. Gäse ist eh umwerfend, ich liebe sie überall. Sie ist eine ganz, ganz hübsche, ganz wahnsinnig bezaubernde Frau. Aber genau so sehen Sie auch aus, wenn Sie sich für diese Jacke von Amira entscheiden. 15 Euro, was ist das? Einmal ein großer Liebesbecher bei der Eisdiele nicht gegessen oder vielleicht auf etwas anderes einmal verzichtet. Dafür haben Sie dann aber diese wunderschöne Jacke. Und das Tolle ist, man kann nichts falsch machen. Einfach überschmeißen, locker über ein T-Shirt, über eine Bluse. Egal, ob Sie sich für schwarz-weiß oder blau-rosé, äh blau sei schon, ja doch blau-rosé heißt es, ne, entscheiden. Bitte seien Sie schnell. Für 15 Euro. Das ist ratzi-fazzi hier weg. Das ist eine Jacke, das ist Fashion, das ist modern, das ist Amira. Eins unserer Top-Formate, eine wunderschöne Kollektion, die dazu gehört. Und auch hier finde ich bezaubernd Gesa in diesem Rosa, ein Highlight in meiner Shopping-Star-Geschichte hier. Insofern sage ich Ihnen, greifen Sie zum Hörer, rufen Sie an 0800 21 33321 und sagen Sie, ich will die Jacke von Amira. Ich will so aussehen wie Gesa. Ich will heute mal keinen Liebesbecher, ich will ganz viel Liebe mit Mode bekommen. Ich will mich wunderschön anziehen und das geht aber nur, wenn Sie schnell sind. Deswegen direkt jetzt bestellen diese Jacke von Amira. Ein richtiger Farbknaller und auch ein richtiger Auffäller unserer Lebensfreude, das ist diese Zauberhose Mina. Und soll ich Ihnen sagen, warum? Nicht nur, weil das hier ein knaller Preis ist mit 18 Euro, sondern, liebe Kamera, ihr müsst mal ein bisschen runter, runter schwenken. Weiter, 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 weiter. Und dann drehe ich das mal. Schauen Sie sich das mal. Ist das nicht schön. Hier haben wir nämlich hinten an der Zauberhose Mina, haben wir noch diese Schmuckelemente direkt über dem Schlitz. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie das getragen aussieht. Das ist nämlich ein richtiger modischer Hit, den wir hier gelandet haben. Hinten mit unserem Schmuckelement, da sind so kleine Strasssteinchen nochmal drauf. Ja, auf so einer kleinen Schließe, auf so einem Steg direkt dann wirklich über der Wade angebracht. Und ich finde, das ist einfach eine perfekte Hose, ja, zum Fahrradfahren, zum jetzt aufs Schützenfest gehen. Da gehe ich nachher noch hin mit meinen Kindern, ne. Damit, klar, können Sie Rio Express fahren, das sitzt alles ohne Ende. Wir haben hier die Zauberhose Mina auch noch, glaube ich, sogar auch in anderen Farben. Wenn Sie sagen, jetzt zum Beispiel Himbeere oder hier unser Pink, das ist Ihnen zu krass, ja, was ich überhaupt nicht finde. Also, wenn wir fragen, wir mal Natascha Ochsenknechte, die wird uns was erzählen, Pink ist zu krass. Die hat ja auch immer den passenden pinken Lippenstift dazu. Aber ich glaube, liebe Regie, haben wir die Hose nicht auch noch in weiß und in schwarz? Nee. Ah, wir haben sie noch in einem Indigo, aber nur noch so einen kleinen, um Gottes willen, bleibst mir hier noch schön stehen. Nicht mich alleine lassen. Nein, wir haben noch ein Indigo, aber wirklich, die Regie, sagte Luisa, bitte eigentlich gar nicht erwähnen, weil wir haben davon nur noch zwei, drei Stück. Also, Pink oder gar nicht, ne, sage ich Ihnen da. Und ich würde mich für Pink entscheiden, denn gerade mit dem schwarz so in Kombi, wie wir es jetzt hier auf dem Laufstück präsentiert sehen, ist das eine unglaublich schöne Kombination. Wir haben hier nicht nur unten das Schmuckelement, sondern wir haben auch einen Schlupfbund oben wieder, ne, das heißt wieder eine Hose, die man einfach so überziehen kann, ohne Reißverschluss, da drückt nichts, da drückt kein Knopf, da drückt kein Reißverschluss, da drückt gar nichts. Und der Preis, der drückt uns erst gar nicht im Schuh. Ja, der Preis, der haut uns höchstens aus den Schuhen, aus den Latschen haut der uns, ja. Weil 18 Euro ist ein Oberpreisknüller für die Qualität der Zauberhose Mina von Jutta Leibfried. Wirklich, einer der Damen, die es versteht, Hosen hier auf Maß zu schneidern für Sie. In Farben und auch einer Farbvielfalt, die, wie ich finde, begeistert. Trauen Sie sich ruhig mal, holen Sie sich die gute Laune ins Haus. Mit dieser Farbe, mit Himbeere, ja, brauchen wir nur noch eine Torte dazu, dann wird's eine runde Sache. Wie heißt das Sprichwort so schön? Im Wein liegt die Wahrheit und bei mir liegt die Wahrheit auch im Preis. Denn meine Mode, die Sie hier bei Shoppingstars bekommen und genau die Sie hier in dieser Bluse mit Tasche von Urban Diva finden, ja, die ist sowas von wahr und sowas von real und sowas von schön. Aber nicht lange, denn für 15 Euro wird diese Bluse mit diesem wunderschönen Piece hier, mit diesem ganz, ganz tollen Detail, dieser Palettentasche, nicht lange in unserem Bestand sein. Denn wir haben hier die kleinsten, ja, die kleinsten Preise, ich wollte schon sagen die kleinsten Größen, die haben aber auch große Größe, aber wir haben auch die größten Reduzierungen. Bis zu 80 Prozent. Hier, für diese Bluse von Urban Diva bei Meurja Dumont bezahlen Sie nicht mehr 59 Euro, sondern nur noch 15. Was heißt das für Sie? Jetzt schnell entscheiden. Wir haben diese Bluse nämlich in zwei verschiedenen Farben, in weiß leider nur noch ganz, ganz wenige. Wir haben sie in lila und weiß. Diese Farbe wird bei uns immer als lila bezeichnet, jedenfalls im Internet. Also, wenn Sie diese Bluse haben möchten, ich finde, es ist ja dieses Bordeaux-Rot, das ist wirklich so ein tiefes Rot, wie wir das von so einem tollen Glas Rotwein kennen. Und das eben findet sich hier wieder. Eine wunderschöne Verarbeitung, wir sehen das, wir haben hier oben so einen V-Ausschnitt, hier aber auch ein kleines Häkchen, das heißt, Sie können die Bluse auch zumachen, hier oben schließen, wenn Sie das möchten. Ganz toll gearbeitet, mit so einem doppelten Saum. Es ist wieder eine Bluse, die einfach diesen Leisure-Look hat. Und das ist ja einfach dieses Legere, was wir von der Designerin dieser Bluse, nämlich von Mirja Dumont, kennen. Eine Stilikone, aber die auch dieses Rockige im Blut hat. Sie ist ja einfach ein heißer Feger, das muss man sagen, genauso wie diese Bluse auch. Deswegen bitte, seien Sie hier ganz, ganz schnell. Ich kann Ihnen für 15 Euro nicht versprechen, dass wir die Bluse lange noch im Bestand haben. Hier wird ausverkauft, das ist ein Outlet, die Sachen gehen hier durch die Decke, ja. Es ist so erfolgreich unser Format, dass wir sagen, wir müssen ihn einfach immer wieder ans Herz legen, seien Sie schnell. Ein Outlet, so ist das, Sie kennen es aus der Stadt. Man findet endlich sein Lieblingsteil im Laden, aber reduziert. Und man geht hin und sagt, wow, was, nicht mehr 59 Euro, nur noch 15 Euro. So, deswegen schlagen Sie da bitte zu, beziehungsweise greife Sie zu, denn diese Qualität, eine Designerbluse von Mirja Dumont für einen Preis von 15 Euro zu bekommen, da stehe ich wirklich hier und sage, das ist mein Produkt, das ist mein Produkt für Sie, weil das ist schick, das ist Mode, das hat Stil, aber einen ganz, ganz kleinen Preis. Und so möchte ich, dass Sie aussehen. Toll, das geht ganz einfach, wenn Sie anrufen 0800 21 333 21 oder im Internet bestellen, einfach Shoppingstars eingeben. Ein wunderschöner, butterweicher Sommerblazer, den haben Sie die ganze Zeit schon gesucht. Dann kann ich Ihnen versprechen, dass die Suche jetzt ein Ende hat. Nämlich bei mir, bei Shoppingstars, das Outlet, habe ich diesen wunderbaren Blazer mit Schulterpolstern und das mag ich selber nämlich auch sehr gerne. Deswegen schwinge ich mich hier mal selber für Sie rein und Sie sehen, wie einfach der ist. Den können Sie zu allem kombinieren, egal ob zur Jeans oder auch zu einer Stehhose in schwarz, wie ich das anhabe. Sofort sind die mir super angezogen und jetzt kommt es. Sie sehen nicht nur grandios aus, sondern Sie bezahlen nur 25 Euro. Sie sparen bei mir hier bis zu 80 Prozent bei jedem Teil. Und ich habe hier meine wunderbare Anki jetzt nämlich nochmal. Sie sehen ja auch, wir haben ja in unserem Bestand bei Shoppingstars über 200 Artikel. Einfach bei channel21.de reinklicken und wirklich sparen, sparen, sparen. Schöner und günstiger wird es nicht. Und dann finden Sie vielleicht auch die passende Hose mal dazu in den passenden Farbtönen. Wir haben nämlich hier auch den Blazer noch in Koralle und in Grau. Allerdings so desortiert, dass wir ihn nicht zeigen möchten, weil da haben wir nur noch vereinzelte Größen. Es ist natürlich bei 25 Euro, wir sind hier bei Monaco Blue, bei einem Blazer mit Schulterpolstern, mit Velour-Lederoptik. Wir haben diese wunderschönen Teilungsnähte, die eine ganz, ganz wunderschöne Silhouette auch konstruieren und natürlich auch unseren Körper unglaublich schön modellieren. Also Shopping-Outlet, unsere Shoppingstars, das sind genau diese Teile. Das sind Teile, die modisch sind, ja, richtige Fashion-Highlights, die aber einen ganz kleinen Bestand haben. Dafür auch einen ganz, ganz kleinen Preis, wie wir hier mit 25 Euro sehen. Und ich bitte Sie, warten Sie nicht lange. Es ist heute die letzte Chance. Heute wird hier ausverkauft, ja. Heute geht das hier alles durch die Decke. Und ich werde Ihnen versprechen, nach heute ist von diesem Blazer, haben wir hier keinen mehr. Kein, kein einzigen. Für 25 Euro, ja, muss ich nicht drei lange drüber nachdenken. Es ist ein Business-Outfit, man kann es aber natürlich auch toll nachmittags tragen, wenn man sich mit der Freundin trifft, ja, casual oder schick, wie Sie möchten. Also, denken Sie drüber nach. Über den Preis brauchen Sie nicht drüber nachdenken. Sie entscheiden sich jetzt nur für die Farbe. Soll es grau, korall oder nude werden und Sie greifen direkt zum Hörer und sagen, ich möchte die Artikelnummer 3619926 und zwar sofort und zu mir nach Hause für 25 Euro. Und wenn Sie schlau sind, dann packen Sie noch ein, zwei, drei andere Sachen aus unseren Shoppingstars mit dazu, denn so günstige Preise gibt es nicht mehr und Sie bezahlen nur einmal Versandkosten heute. Insofern, der Blazer, wäre doch ganz schön, oder? Ist möglich für 25 Euro. Viel Spaß damit. Shine bright like a diamond. Das ist hier ganz einfach. Und wissen Sie, was wunderschön ist noch an unserer Bluse von Shiny Diva? Dass wir, hm, oben haben wir etwas, ja, da haben wir einen transparenten Seidenschiffon drüber, aber innen drin haben wir 95% Viskose. Und Sie wissen ja selber, oh, Viskose, es ist einfach das schönste und beste Material. Dazu haben wir hier leichte, transparente Ärmel, ohne dass wir aber unseren Arm zu viel zeigen, also leicht bedeckt. Für alle Damen, die sagen, ach, ich möchte immer nicht mehr mit nackter Schulter raus, da ist dieses Teil perfekt. Und hier, oh, schauen Sie sich das an. Es sieht wirklich aus wie kleine Wassertropfen, die sich da aneinander gereiht haben, an unserem wunderschönen Kragen nochmal. Ist das nicht bezaubernd? Sieht wirklich aus, als wenn kleine Wassertröpfchen so in ein Fischernetz gegangen wären. Und dann wurden die in so einem kleinen Netz eingenäht und eingefangen auf diesen Blusenshirt. Wunderschön. Wir haben, finde ich, eine tolle Länge. Ja, es geht auch wieder ein bisschen leicht übers Popöchen und wir haben auch wieder den transparenten Teil etwas länger als den Viskose-Teil darunter. Insofern kann man das, finde ich, toll entweder drüberziehen über einen Rock, Sie können es natürlich auch reinstecken oder eine Hose dazu anziehen. Das ist wirklich, also bei diesem Top haben Sie alle, können Sie sich frei austoben, können Sie frei kombinieren. Wir haben es in zwei anderen Farben, in Schwarz und in Lila. Wow, Lila kann ich mir auch schön vorstellen, das ist auch besonders. Aber Scheine Diva ist sowieso, das ist ja bei uns die Marke für die ganz, ganz besonderen Anlässe. Also wirklich, ich habe bei Scheine Diva immer meine Kleider gekauft für Weihnachten, für Silvester. Das waren immer so, weil das sind sehr, sehr festliche Sachen. Also wenn man sagt, man hat jetzt mal wieder eine richtig schöne Verabredung, vielleicht einen Geburtstag, wo man eingeladen ist, dann finde ich, sind unsere Teile von Scheine Diva wirklich 100% gesetzt und das jetzt hier für 20 Euro. Liebe Damen, 20 Euro, keine 79,99, nein, 20 Euro. Ich habe den Preis für Sie in vier große Tortenstücke geschnitten und Sie bezahlen nur noch ein Tortenstück. Können aber natürlich alle essen. Nein, Sie kriegen hier wirklich heute einmal gefürtelt den ganzen Preis, keine 80 mehr, 20 Euro. Vielleicht möchten Sie ja noch eine andere Farbe mit dazu nehmen, haben trotzdem am Ende nur die Hälfte bezahlt. Vielleicht nehmen Sie Lila auch noch mit, auch eine schöne Farbe. Wie gesagt, im Internet können Sie sich alles immer noch mal in Ruhe angucken, auch welche Größen da sind. Aber nicht zu sehr in Ruhe, nicht zu lange ruhig bleiben, weil wir sehen ja hier auch schon wieder, unsere Stückzahlen gehen einfach nach unten, weil das ist natürlich auch eine schöne Ware, die man mal toll platzieren kann abends. Und da gucken natürlich alle hin und das wollen wir auch. Also 0800 2133321, dann kommt es zu Ihnen. Sie wollen ein Oberteil, ganz elegant, fast so wie von dem gerade kürzlich leider verstorbenen Karl Lagerfeld. Es ist wirklich ein Chanel-Oberteil. Ich schwöre da drauf und ich finde und liebe diesen Stil, den Chanel geprägt hat. Klassisch, schick, immer dieses französische Etwas, aber sehr reduziert. Und das ist genau das, was unser Amira-Pullover nämlich verkörpert. Und Sie können das haben für 12 Euro. Wenn Sie jetzt sofort hier anrufen unter der 0800 2133321. Ich komme noch mal rüber zu Gesa. Ich habe es Ihnen gesagt, es ist für mich ein Chanel-Top. Ja, es ist wirklich die Schnittführung. Vorne noch mal mit unseren Nähten eingebaut hier. Und diesen tollen Eingewirken. Es ist ja fast wie so ein leichter Crêpe de Chine, der da drin ist. Wir haben so eine Wabenstruktur, unterschiedlich. Sehen Sie vielleicht von da nicht so richtig, aber wenn wir nah rangehen. Es ist eine ganz, ganz besondere Qualität, die wir haben. Eine ganz, ganz tolle Optik. Und dieses Shirt, dieser Pullover in dieser 3D-Jacques-Optik, der besticht einfach eben genau durch dieses Muster. Und auch so ein bisschen durch das Dezente. Das lässt Ihnen natürlich Raum, eben genau diesen Pullover zu einer knaller Farbe in Szene zu setzen. Und er sieht einfach, Sie sehen unglaublich angezogen auf. Es ist dieses Damenhafte und aber trotzdem total schön skulptural geschnitten an Ihren Körper. Ich bitte Sie, 12 Euro für einen Pullover. Der aussieht wirklich, als wäre er von König Karl Lagerfeld geschnitten. Ich sehe auch da drin mit so einem kleinen Pillbox-Hütchen. Sehen Sie das auch noch? Handschuhe dazu, schöner Mantel. Kann man auch übrigens wunderschön natürlich mit Bleistiftröcken kombinieren. Wir haben ganz bei unseren Shoppingstars ganz viele Bleistiftröcke, auch für um die 20 Euro. Schauen Sie bei channel21.de unter Shoppingstars und glänzen Sie so, wie Chanel es uns vorlebt. Wir wollen auch die große Mode haben. Natürlich, wir können nicht uns alle die großen Preise leisten. Ich auch nicht. Das macht gar nichts. Bitte schauen Sie bei uns, schauen Sie bei Shoppingstars. Ich habe hier bei mir, ich habe nicht vielleicht Chanel direkt, aber ich habe Marken hier bei uns wie Amira, die bei uns Oberteile haben, die genauso fein, so wertig und so wunderschön modisch geschnitten sind, wie die der großen Labels. Und deswegen für 12 Euro direkt jetzt bestellen. Dieses Oberteil wird weg sein, schneller als Sie gucken können. Deswegen sofort bestellen, nicht nachdenken. Jetzt in den Warenkorb. Direkt channel21.de. Anrufen, was Sie wollen. Vielleicht auch in Bordeaux für 24 Euro. Gehen doch beide, oder? Einen Cardigan der ganz, ganz besonderen Art. Den habe ich jetzt für Sie, nämlich von unserem Christian Materne und seiner Private Collection. Dieser Cardigan überzeugt wirklich, weil er so unkompliziert ist und so ganz einfach zu stylen. Wir haben einen ganz schönen Materialmix. Und ich kann Ihnen auch versprechen, wir haben, wenn Sie mal bei uns schauen, bei Shoppingstars, beziehungsweise bei channel21.de, dann kann ich Ihnen sagen, dass wir dazu auch das passende Top haben. Deswegen lohnt es sich bei uns, auch mal bei channel21.de reinzugucken, denn da ist es auch schon. Da sehen wir auch das passende Top zu dieser Strickjacke. Aber jetzt sind wir erstmal nur bei der Strickjacke. Die kostet nämlich heute fantastische 17 Euro. Eine gigantische Reduzierung, die wir Ihnen nur hier bieten können bei Shoppingstars. Es war noch nie so günstig. Und diese Variante hier zeigen wir Ihnen in schwarz-weiß. Es gibt die auch in bunt, aber wir wollten Ihnen es quasi wie so ein Twinset einmal zeigen, wenn Sie das passende Top auch dazu bestellen möchten. Also dann einfach bei Shoppingstars bei channel21.de schauen. Dann könnten Sie quasi auch den Look zusammen kaufen. Und da liegen Sie nur bei knapp über 30 Euro. Es ist eine Strickjacke, die finde ich dadurch besticht, dass wir eben diesen tollen Materialmix haben. Wir haben eine tolle viskose Qualität, ja, an den Ärmeln und am Rückenteil, dass wir sagen, da schwitzen wir nicht. Es ist sehr, sehr angenehm, auch jetzt im Sommer einfach zu tragen. Wir können es toll mit in den Urlaub nehmen, weil da knittert nichts bei dem Stoff. Und wir haben wieder dieses tolle Camouflage-Muster, beziehungsweise diesen Topfenprint, ja, und ganz schön abgesteckt. Da sieht man wieder diese Liebe zum Detail, denn wir haben nicht einfach nur einen umgenähten Saum des Stoffes, sondern nochmal eine schwarze Paspel, die wieder diese ganze Strickjacke einfasst. Also, ich sage es Ihnen, keine 54 Euro, nein, 17 Euro, unter 20 Euro kostet diese tolle Strickjacke von Christian Materne. Er hat es einfach drauf. Es ist ein sehr artifizielles Design. Es ist sehr kunstvoll, auch minimalistisch so ein bisschen. Es ist nicht aufdringlich, aber trotzdem mit Pepp und, finde ich, eine wahnsinnig schöne Kombination. Es ist keine normale 0850-Strickjacke, ja, aber 0850-Strickjacken brauchen wir auch nicht. Die haben wir schon genug. Wir bekommen hier bei uns für 17 Euro, bekommen Sie ein Design von einem Designer, der hier wirklich durch die Decke geht. Ein unglaublich toller Mensch, ja, ich liebe Christian Materne einfach dafür. Er hat einen Witz, einen Charme und natürlich ein unglaubliches Talent, was das Design angeht. Und deswegen jetzt diesen Cardigan, diese Strickjacke in den Warenkorb packen und Freude haben den ganzen Sommer lang. Ich möchte mich sowieso erstmal bei Ihnen bedanken, denn weil vorher Luisas Fashion Outlet bei uns online so gut gelaufen ist, deswegen darf ich jetzt hier für Sie stehen und diese noch, ich sag's jetzt einfach mal, geileren Preise für Sie hier servieren. Denn bei Luisas Fashion Outlet online hatte ich diese wunderschöne Hose auch schon mal, aber eben noch nicht in diesen tollen Farben. Ja, das ist nämlich unsere Zauberhose Cora mit dem Leo-Druck. Und ich liebe diese Hose, weil ich bin halt auch ein Riesenfan von Leo-Druck, ne. Und ich kann Ihnen sagen, schauen Sie sich mal den Look an. Das, liebe Damen zu Hause, das ist High Fashion. Das ist einfach für mich Mode durch und durch. Natürlich auch hier wieder mit super tollen Schuhen. Also muss ich ja sagen, unsere Models haben Schuhe der Hit. Also, ne, eine Kombination oben hier in diesem wunderschönen Petrol. Den Rollkragenpulli gibt's auch bei uns. Das gibt's übrigens im Doppelpack. Also auch mal schauen bei Shoppingstars. Der kostet im Doppelpack 16 Euro. Die Hose jetzt 20. Shoppen Sie online. Haben Sie für 36 Euro drei Teile geshoppt. Zwei Rollkragenpullover und ne Hose. Wo gibt's denn sowas, ja? Sowas gibt's hier bei mir bei Shoppingstars. Weil bei uns, wir kreieren kleine Sternchen. Wir servieren unsere Shoppingstars auf dem Silbertablett, ja. Haben wir runtergeholt vom Himmel und ganz klein gerechnet. Nehme ich hier eine Hose, mit der wir mal gestartet sind mit 74,99. Die auch 74,99 Euro wert ist. Denn wir haben hier nicht nur Seitenschlitze unten an den Hosen, ja. Wir haben eine super tolle Passform. Einen hohen, ähm, einen hohen Sitz hier wieder. Auch, ich finde, nach wie vor immer noch der beste Schnitt. Ein hoher High-Waist-Schnitt mit einem bequemen Schlupfbund. Das heißt, Schlupfbund wissen Sie ja selber. Wir haben keine Verschlüsse, sondern wie bei einer Leggings. Einfach überziehen, zack, und schon sitzt alles. Also wirklich ein Look. Ich bin begeistert. Und dass ich das jetzt hier für 20 Euro Ihnen anbieten darf, das ist einfach nur dem Falle geschuldet, dass diese Hose nicht mehr in allen Größen da ist. Und wir sie nicht mehr online, äh, online sag ich schon, on-air zeigen dürfen. Online dürfen wir das auf jeden Fall noch zeigen. Deswegen, da sind wir ja auch hier am Start heute für Sie. Also, ich bin ein Riesenfan von dem Leo-Look. Überlegen Sie auch mal, ne, wenn wir diese Petrolfarben Hose hier haben. Wie gesagt, noch in zwei anderen Farben auch da. Aber in diesem Weinrot und Marina haben wir noch. Oh, Weinrot ist auch schön, ne. Aber jetzt gerade hier bei dem Leo mit diesem Petrol, ne. Überlegen Sie mal, da einen schicken roten Ballerina dazu. Eine weiße Schluppenbluse. Vielleicht haben Sie eine zu Hause bei uns von Sarah Kern oder so. Das ist doch ein Look. Ines de la Frisange, die Muse von Kalagerfeld, wird Ihnen die Füße küssen für diesen Style. Und ich mache es auch. Aber Sie müssen jetzt schon anrufen, ne. Eine Stunde Shopping-Stars ist vorbei. Ja, ich bin ein bisschen traurig, aber ich habe auch ganz, ganz viel Inspiration sogar selber bekommen, wieder für Teile, die ich unbedingt noch einkaufen muss. Ich hoffe, dass Sie sich jetzt schon freuen, dass Ihre ganz, ganz kleinen Schnäppchen bald zu Ihnen auf dem Weg sind und Sie sie ausprobieren können und genau den oder den Erfolg haben, den ich Ihnen verspreche, nämlich mit den allerkleinsten Preisen hier bei Channel 21.